Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonnabend um 13.30 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim. Bedauerlicherweise müssen wir auch dieses Heimspiel ohne Fans, Partner und Unterstützer austragen. Ich hoffe, personell haben wir ein bisschen bessere Aussichten. Jens Hertel, unser Cheftrainer, ist hier. Welche Nachwehen gibt es denn noch nach dem Pokalspiel gestern in Leipzig? Nachwehen wahrscheinlich nur im Kopf, rein physisch nicht. Also es sind alle, die gestern auch mit waren, haben heute Morgen auch auf dem Platz gestanden. Wir sind spät angekommen oder früh, waren halb zwei hier und haben heute Morgen um elf trainiert. Es waren alle da, plus die, die wir hier gelassen haben. Und da sind wir halt gut durchgekommen. Und ich denke, wir haben auch die Belastung versucht, gut zu verteilen, sodass wir hoffentlich dann am Sonnabend in der Lage sein werden, ein intensives Spiel gegen Heidenheim abzuliefern. Dann machen wir weiter mit euren Fragen. Ja, sehr gerne. Herr Hertel, tagesaktuell. Hansa hat mit Timo Becker noch einen Spieler verpflichtet. Vielleicht können Sie noch ein paar einschätzende Worte zu ihm liefern und vor allem auch sagen, für welche Position Sie ihn in erster Linie gedacht haben. Ja, also wir haben natürlich lange geschaut und geguckt. Und es ist uns jetzt gelungen, einen Spieler nochmal zu verpflichten, der also beide Positionen spielen kann, sowohl als Innenverteidiger als auch als Außenverteidiger. Bringt damit nochmal eine andere Qualität rein, als die, die wir schon haben. Wenn wir jetzt mal die Größe unserer Außenverteidiger ansehen, sind die alle relativ klein. Jetzt haben wir einen Spieler, der dann halt auch mal größer wäre, wäre dann schon nochmal wichtig in bestimmten Situationen gegen Mannschaften, die halt mit großen Außenstürmern spielen, dass man dann halt da vielleicht von der Größe her Pari-Pari stellt. Das ist ein Spieler, der halt auch relativ schnell ist und deswegen, weil er dann so sehr vielseitig einsetzbar ist und haben wir uns dafür entschieden. Aber grundsätzlich sehen wir ihn schon eher als Innenverteidiger als als Außenverteidiger. Aber das ist halt seine 1B-Position und das kann halt auch sein, dass er auch mal als Außenverteidiger aufläuft. Wenn er sich denn jetzt, wenn er ins Training einsteigt, wirklich top präsentiert und da auch sich gleich zu Hause fühlt, ist er tatsächlich vielleicht zu Sondern schon in irgendeiner Form eine Option? Auf jeden Fall, ja. Also es ist voll im Rhythmus. Er hat jetzt nur die letzten zwei Tage, wo er freigestellt worden ist, für den Vereinswechsel nicht trainiert. Er hat heute mit trainiert, ist gestern schon angereist. Also deswegen, ja, wenn alle anderen Sachen, die Papiere soweit dann durch sind, könnte er schon eine Option sein. Können Sie noch einen Satz sagen zum Zustand von Hanno Behrens? Ja, Hanno war jetzt die letzten beiden Tage ja dann hier vor Ort. Also ich glaube, so der ist auf einem guten Weg, aber er hat natürlich jetzt auch keinen richtigen Rhythmus. Und da müssen wir noch mal abwarten. Also wir haben heute jetzt auch nicht so viel trainiert. Das war halt alles noch mal ohne Gegenspieler, ohne nur ein paar Abläufe. Da konnte man jetzt auch nicht so viel sagen. Aber grundsätzlich sind seine Schmerzen jetzt, glaube ich, weg. Und er wäre jetzt eigentlich auch voll belastbar, aber hat natürlich jetzt auch keinen Rhythmus. Sondern das war ja in Hamburg das letzte Spiel, was er gemacht hat. Und das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das war Mitte Dezember. Jetzt haben wir ja fast Ende Januar und da müssen wir mal schauen. Im Hinblick auf das Spiel am Sonnabend, wie bewerten Sie denn jetzt Ihren Auftritt der Mannschaft von gestern? Kann man auch sowas als einen kleinen Erfolg verbuchen oder bleibt die Niederlage halt eine Niederlage? Ja, also beides. Also sowohl mit dem Matchplan und wie wir es dann umgesetzt haben an dem Tag gegen diese Mannschaft haben wir das über weite Phasen ordentlich gemacht, sind in die Abläufe reingekommen, wie wir wollten. Und es bleibt halt dabei, wenn du dann halt kleine Fehler machst, die werden dann halt auf dem Niveau bestraft, aber auch in der zweiten Liga. Und das war ein bisschen ärgerlich, dass wir es nach fünf Minuten da ein bisschen unnötig da, die Situation mit dem Gegentor, wo wir, glaube ich, im Strafraum acht gegen vier waren und dann trotzdem in Pausen nicht unter Kontrolle hatten. Das hat das Spiel so ein bisschen, ja, in eine andere Richtung gelenkt. Aber dann haben wir es eigentlich besser gemacht, hatten unsere Umschaltsituation, aber da waren eben nicht ganz präzise und dann kannst du gegen eine Champions-League-Mannschaft auch keine Tore machen. Da muss dann bei dir alles passen und bei uns waren die Ansätze gut. Aber ja, final war dann halt doch immer mal irgendwo ein Pass nicht ganz sauber oder der Spieler nicht genau in Position oder wir haben nicht gespielt, wo wir hätten spielen können und wir sind nicht gelaufen, wo wir gespielt haben. Es waren dann so ein paar kleine Sachen, die dann an so einem Tag dann halt auch perfekt funktionieren müssen, dass du halt die hättest richtig ärgern können. Es gab ein paar Situationen, den trauen wir schon noch nach, weil ich glaube, wenn wir da mit den zwei Situationen, ab jetzt nur Nico seinen Schuss oder eben doch Svante seinen Querpass, da den Ausgleich machen, dann wäre ich jetzt auch mal auf die Reaktion von RB gespannt gewesen. Ja, wenn sie dann so ein Spiel, was sie halt, ja, gefühlt eigentlich klar unter Kontrolle hatten, aber dann eben doch immer mal die Kontrolle verloren haben. Aber es ist müßig, wir haben es verloren und da gibt es jetzt einen Haken dran zu machen. Auf der anderen Seite haben wir uns trotzdem ordentlich präsentiert. Ich glaube, die Jungs haben alles reingehauen, sie haben wahnsinnig gefeitet, sie haben eben doch gelitten, viele Meter gemacht, ohne irgendwie den Ball am Fuß zu haben. Aber das war dann auch notwendig, weil wir haben ja gewusst, wenn sie in eine Dynamik oder ein Tempo reinkommen, dann haben wir das schon in den Bundesligaspielen gesehen, dann sind sie unheimlich schwer zu verteidigen. Deswegen haben wir eben doch diesen Ansatz gewählt, ein Stück weit tiefer zu stehen, kompakt zu sein, ihnen wenig Räume zu geben. Und dann am Ende, wo wir ein bisschen aufgemacht haben, dann haben sie eben gezeigt, dass man ihnen eben nicht so viel Platz geben darf. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt nicht unzufrieden mit dem Match, aber am Ende ist es eine Niederlage und die tut immer weh. Danke sehr. Sven Krise von Radio Edis Edis. Herr Erfels, Sie haben ja in Leipzig ordentlich durchrotiert, sind auch einige Spieler reingekommen, die sonst ja nur auf der Bank gesessen haben. Ist denn von denen einer dabei, wo Sie trotz der Belastungen gestern und auch der Reisestrapazen der Meinung sind, der hat Sie so überrascht, dass er möglicherweise gegen Heidenheim auch von Beginn an wieder dabei sein könnte? Wir haben es eigentlich extra so gemacht, dass wir nicht Gefahr laufen, dass wir Jungs, die jetzt in den 90 Minuten da durchgepowert haben, weil das war dann schon sehr, sehr anstrengend. Also gerade für die Jungs im Mittelfeld oder so, die dann halt immer wieder diese Löcher rein, raus machen mussten, schließen mussten, dass wir die möglichst nicht wieder anfangen lassen müssen. Weil es kommt eine Mannschaft auf uns zu, die enorme Power hat, die laufstärkste Mannschaft der Liga ist. Und da musst du auf jeden Fall in diesen Belangen eben absolut dagegenhalten können. Und da musst du eine gewisse Frische haben. Wenn du dann halt 90 Minuten plus die Busfahrt, die schüttelst du dann nicht so einfach raus. Deswegen denke ich nicht, dass jemand für die Startelf eine Option ist, der jetzt länger als eine Halbzeit gespielt hat. Aber für ein paar Minuten reicht das auf jeden Fall. Und da haben sie schon ein paar Jungs, haben da eine ordentliche Leistung gebracht. Und deswegen sind die auf jeden Fall eine Wechseloption. Sie haben Heidenheim in dieser Saison schon zweimal ärgern können. Einmal mit dem Unentschieden dort und mit dem Weiterkommen im Pokal. Glauben Sie, dass Heidenheim dadurch besonders gewarnt ist und vielleicht auch noch eine Rechnung mit Hansa offen hat? Oder glauben Sie, dass das schon vergessen ist bei denen? Das ist immer ein Nebeneffekt. Dafür kenne ich Frank Schmidt dann eben gut genug, dass er so eine Sachen vergisst er nicht. Da wird er seiner Mannschaft schon noch mal darauf hinweisen. Aber auf der anderen Seite, sie haben halt Blut geleckt. Sie sind jetzt Dritter, sie haben jetzt einen guten Rhythmus. Und den wollen sie dann halt beibehalten. Auch wenn sie jetzt ein paar Corona-Fälle haben und da ein paar Ausfälle dazukommen. Aber es sind, glaube ich, nur zwei, die jetzt auch Stamm gespielt haben, die die Wörter ersetzen können. Und sie werden da versuchen weiterzumachen, wo sie eben jetzt aufgehört haben. Also sie waren da schon mal dran in dem Relegationsspiel. Jetzt sind sie wieder auf Platz drei. Und nach oben ist jetzt auch nicht so viel Platz. Deswegen, die werden alles versuchen. Und wenn sie dann halt gegen eine Mannschaft spielen, die schon im unteren Bereich der Tabelle ist, wollen sie natürlich das Spiel gewinnen. Aber wir müssen selber zusehen, dass wir das Spiel, wir brauchen die Punkte mehr als die. Deswegen haben wir das eben doch diese Entscheidung mit dem RB-Spiel so getroffen, weil so wenig Pause ist, dass wir ein paar Jungs auch gar nicht mitnehmen. Sondern wenn sie hier eben doch genügend Frische und Energie auf dem Platz haben, die dann in der Lage ist, doch Heidenheim genau wie in den anderen zwei Spielen halt Paroli zu bieten und im Idealfall eben die drei Punkte hier im Rostock zu behalten. Dankeschön. André Gehriger von den NNN. Ja, Herr Hette, Sie haben ja gerade die Corona-Fälle schon angesprochen. Das ist, glaube ich, relativ frisch die Meldung jetzt gewesen. Wie schwer macht es die Vorbereitung? Gerade auch mit den Erfahrungen, die Sie mit dem Spiel in Ingolstadt gemacht haben, wo es ja noch ein bisschen schärfer war. Aber wie beeinflusst das jetzt die Vorbereitung? Eigentlich gar nicht, weil ich glaube, die Art und Weise, wie Sie jetzt gespielt haben, wenn da zwei Spieler neu reinkommen, das macht bei Frank seiner Mannschaft keinen Unterschied. Also die Jungs, die da reinkommen, der Kühlwetter hat dann auch wieder gespielt. Vielleicht wird er den auf der Bahn dann halt spielen lassen für den Leibertz und für den Busch wird er schon auch einen Ersatz finden. Also da mache ich mir jetzt mal gar keine Gedanken. Also wir bereiten das Spiel so vor, wie wir die letzten Spiele gesehen haben und erwarten das, was sie dort gezeigt haben. Und das war halt gut und unangenehm. Aber wir wollen auch unangenehm sein. Und deswegen geht es für uns dann eben jetzt einfach auch nach dem vielen, vielen Lehrgeld, was wir die letzten Wochen gezahlt haben, endlich mal auch wieder die Effektivität an Tag zu legen, vorn die Murmel halt ins Tor reinzudrücken und hinten dann eben nicht so eine Fehler zu machen, die dann halt Gegner halt einfach die Tür öffnen, um irgendwo einen Fuß in das Spiel zu bekommen. Sie warten ja schon, ich glaube, seit dem 6. November auf den Sieg. Was ist eigentlich wichtiger, den Kopf, auch das aus den Köpfen zu bekommen oder ja, dann im Training immer wieder quasi zu üben, was man verbessern muss? Ja, das ist immer alles. Also das heißt, man muss das dann davon ein Stück weit freischütteln, wenn man ja immer irgendwie daran denkt, so und so lange, das muss ich gar nicht thematisieren, sondern ich muss halt zusehen, dass ich die Situation, die ich verbessern muss, dass ich die verbessere und trotzdem bei meinen Stärken eben bleibe, die ich überhaupt nicht vergesse. aber am Ende des Tages eben auch nutzen. Darum kommt es ja darauf an, also an dem Tag X, wenn das Spiel läuft, dann halt meine Stärken und meine Qualitäten, die jeder Spieler von uns eben hat, auch total einzubringen und dann im Kontext mit der Mannschaft natürlich die Sachen dann so zu machen, dass es eben passt, dass der Lauf stimmt, dass der Passweg stimmt, dass der Strafraum gut besetzt ist, dass wir mit Dynamik in die Aktion reingehen und dann halt auch dann sind wir in der Lage, Tore zu machen. Und das müssen wir natürlich trotzdem immer wieder im Training auch einfordern. Und das ist halt immer ein Prozess. So ist das, glaube ich, so geht es jedem Trainer. Oliver Kramer von der BILD. Herr Hertel, nochmal die Nachfrage, die Erkenntnisse aus dem RB-Spiel, ich hatte Sie ja gestern Abend schon mal gefragt, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen globaler betrachtet auf die gesamte Saison, die jetzt, oder die Restsaison, ist das eine Erkenntnis von Ihnen, dass die Spieler, die bislang hinten dran waren, ja, sich vielleicht nicht so einbringen, anbieten, wie Sie es vielleicht selber gerne hätten? Das Umschaltverhalten haben wir angesprochen. Können Sie noch mal ein paar Sätze sagen, was Sie mitnehmen und was Sie sich wünschen würden für die restlichen Spiele? Naja gut, das war jetzt gestern erstmal insgesamt für alle jetzt nicht ganz so einfach. Wir haben ja die Grundordnung ein Stück weit geändert, auch ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen mit Ritsch und mit Stredi zwei schnelle Spieler vorn haben, die dann halt gerade im Umschalten die Räume nutzen. Das ist uns ein paar Mal gelungen, aber wir haben sie die Situation nicht zu Ende gebracht. Und das ist natürlich, da gibt es schon ein paar Sachen, die die Jungs hätten auch besser machen können. Also sprich auch Stredi und Ritsch. Und daran müssen sie halt dann arbeiten. Also wir müssen schon noch, weil es manchmal sind es halt ähnliche Dinge, die wir in den letzten Wochen schon auch immer mal im individuellen Gespräch angesprochen haben. Auch in den Videoanalysen kommen, kannst du das ein bisschen anders lösen. Aber gut, auf dem Platz ist dann halt immer irgendwo der Spieler dann auch dann verantwortlich, dann eben die Situation zu erkennen und vielleicht auch Dinge mal anders zu machen, als er sie vielleicht in den letzten Wochen anders gemacht hat. Das ist uns gestern dann halt in den zwei, drei Situationen, die es dann halt nur braucht, eben denen nicht gelungen. Deswegen ist das nicht ganz so aufgegangen. Aber grundsätzlich, die Räume waren da. Sie sind auch in die Räume gestartet. Manchmal haben wir eben nicht gespielt. Nico hat es einmal verpasst. Und in zwei Situationen, wo er auch relativ zeitig den Wimpe gehoben hat, wo wir auch gesehen haben, es war kein Upside, wo er dann aber auch direkt gepfiffen hat. Es waren dann auch ein bisschen ein paar unglückliche Entscheidungen, auch insgesamt für uns als Mannschaft dann auch gestern auf dem Platz, weil dann hat er Abseitsentscheidungen bei uns mal lange laufen lassen, bevor er dann den Wimpe gehoben hat. Auf der anderen Seite hat er dann schnell gehoben und da war es kein Abseits. Also das war dann halt auch klar, dass wir dann halt an so einem Tag uns dadurch auch noch ein paar Situationen weggegangen sind, die wir hätten vielleicht im Spiel auch noch haben können. Warte, habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ja, absolut. Nochmal eine personelle Nachfrage zu Pascal Breyer, der ja gegen Hannover dabei war, zum Einsatz kam jetzt im Pokal gar nicht. Können Sie da nochmal einen Satz zu sagen? Ist er wieder eine Option für Heidenheim? Und wie sehen Sie das aktuell bei ihm? Wie haben Sie denn seine Leistung gegen Hannover bewertet? So frage ich jetzt einfach mal zurück. Ich glaube, Sie waren nicht zufrieden und haben ihn auch dementsprechend relativ früh dann runtergenommen. Ich habe es ja nach Ihrer Meinung gefragt, nicht nach meiner. Ja, er hat gegen Hannover nicht so performt, wie man sich das gewünscht hätte. Das ist richtig. Genau. Und dann war es klar, dass wir dann halt mit Frühling und mit Schumacher auch natürlich noch mal schnelle Spieler auch neben ihm in der Hinterhand haben. Und wir haben das gestern halt so probiert. Weil das, ich glaube, das wäre genauso wenig im Pascals Spiel gewesen, wie es eben doch, er hätte dieselben Probleme, glaube ich, gehabt, wie Streli und Ritschaum. Gut. So, wie es aussieht. Nein? Sven hat noch eine Frage. Ja, habe ich extra gewartet, weil die nicht zum Spiel gehört. Gestern kam die Meldung, dass Hans-Jürgen Dörner verstorben ist. Eine Frage an Sie als gebürtiger Sachsen. Haben Sie mal Berührungspunkte gehabt mit Dixi in Ihrer Karriere, in Ihrer Laufbahn? Nein, Berührungspunkte direkt nicht. Also, wo ich dann schon gespielt habe, da hat er nicht mehr gespielt. Aber er war, glaube ich, ich hatte mal ein Gespräch mit ihm, der ist als Nachfolger dann in Zwickau, wo wir abgestiegen sind. Aber da bin ich dann nicht in Zwickau geblieben, sondern nach Berlin gewechselt. Da hatte ich mal mit ihm zu tun, also persönlich. Und ansonsten habe ich viele Spiele natürlich im Fernsehen gesehen, als kleiner Junge, wenn man dann halt immer, wie hieß das damals? Sportschau hieß es nicht, Sportaktuell. Und dann hat man ja dann halt die Oberligaspiele gesehen und das war ein fantastischer Fußballer. Das war, der hat alles verkörpert, was damals halt so moderner Fußball war. also guten Spielaufbau, ein gutes Auge, auch ein gutes Verteidigen. Und dann hat er eben auch noch als Abwehrspieler Tore gemacht. Das war ein herausragender Fußballer und von der Seite ist das jetzt eben schade, dass so ein Spieler oder so ein ehemaliger Spieler und auch Trainer dann so relativ zeitig von uns gehen musste. Also das tut dann schon noch weh. Aber das, was er dann auf dem Platz als Spieler geleistet hat, das wird man halt nicht vergessen. Dankeschön. Weitere Fragen? Alles beantwortet, sehr schön dann. Vielen Dank und bis spätestens Sonnabend im Ostseestadion.